Ja, hallo zu einer neuen Folge Chemoblog, heute mit einer kleinen Besonderheit, ich nehme die Folge zusätzlich als Podcast-Folge auf, das heißt auch nochmal herzliche Grüße an alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind und mich in dem Podcast hören. Das Thema heute soll sein, wirst du gesund werden? Alle, die meinen Blog verfolgen, wissen, dass ich die Frage bisher noch nicht wirklich beantwortet habe, einfach aus dem Grund, weil sie nicht so leicht zu beantworten ist. Es ist natürlich eine sehr interessante Frage, die man natürlich jedem, der an einer schweren Erkrankung wie Krebs leidet, natürlich gerne stellen möchte und gleichzeitig ist es auch vielen eine unangenehme Frage, einfach weil, glaube ich, viele vor den möglichen Antworten Angst haben. Trotzdem erreichen mich unglaublich viele Zuschriften von euch und natürlich auch in meinem Privatleben kriege ich das sehr oft zu hören. Und ja, um die Frage zu beantworten, muss ich dann immer etwas ausholen, weil ich kann dann nicht einfach direkt sagen Ja oder Nein, weil das kann mir auch kein Arzt der Welt sagen. Und es wird wahrscheinlich wirklich niemanden geben, der ganz sicher jemals sagen kann, ob man gesund wird oder ob man an der Krankheit möglicherweise verstirbt. Das heißt auch eure Verwandten, Angehörigen, was auch immer die gesagt bekommen, das ist immer nur eine Einschätzung der Ärzte von den Erfahrungen, die sie möglicherweise selber gemacht haben, den Erfahrungen, die sie aus Studien haben oder eben aus Kongressen oder von Kollegen auf andere Wege mitgeteilt bekommen haben. Aber was das für den Einzelfall bedeutet, da gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit. Und um auf meinen Fall jetzt mal zu sprechen zu kommen, also prinzipiell ist es so, dass bei mir eine Heilung angestrebt ist. Das heißt, ich habe durchaus die Möglichkeit, geheilt zu werden. Das Jungserkom ist eine Krankheit, eine Knochenkrebserkrankung, die geheilt werden kann und in vielen Fällen auch geheilt wird. Vor allem bei sehr jungen Patienten, da hat man mittlerweile Heilungsraten von 70 Prozent. Das gilt, je älter man wird, desto mehr nimmt das dann sukzessive ab, was jetzt aber nicht bedeutet, dass irgendwie meine Heilungschancen bei fünf oder zehn Prozent liegen. Also es gibt durchaus eine ganze Menge an Patienten. Ich würde das jetzt etwa 50-50 mal betiteln, wobei diese Zahl nutzt natürlich nichts denen, die zu den 50 Prozent gehören, die da dran versterben. Mir geht es aber auch ein bisschen darum, ein bisschen Sensibilität dafür zu schaffen, dass Krebs keine Einbahnstraße ist. Also man hört ja immer, entweder man heilt den Krebs, man hat ihn besiegt und dann ist man gesund oder man stirbt eben da dran. Und ich verfolge viel mehr den Ansatz und meine Ärzte sind auch dieser Ansicht und viele Ärzte mittlerweile weltweit sind der Ansicht, dass das Krebs eben langfristig einfach wie eine chronische Erkrankung behandelt werden muss. Genauso wie das bei dem HI-Virus der Fall ist, wenn er denn dann zu AIDS wird, wie das bei Multiplasklerose der Fall ist, bei Lupus, verschiedene andere Stoffwechselerkrankungen, mit denen man eben jahrzehntelang leben kann, weil man die Krankheit einfach in den Griff kriegt. Morbus Bechterew ist noch ein anderes Beispiel. Das ist eine Wirbelsäulenversteifung. Das ist auch eine Krankheit, die nicht heilbar ist, aber mit der man eben lernt zu leben. Und genauso lernen Ärzte und Mediziner eben die Krankheit Krebs zu kontrollieren. Und ja, deswegen kann man natürlich sagen, ich habe auch durchaus gute Chancen geheilt zu werden. Sprich, dass ich gar keine Therapie mehr machen muss, weil ich einfach keine Krebszellen in meinem Körper habe. Aber im Moment wird eher der Ansatz verfolgt, die Krankheit eben so lange wie möglich hinaus zu zögern und möglicherweise sie dann für immer zu verdrängen oder halt immer wieder, wenn sie denn wiederkommt, dann verdrängen zu müssen. Das heißt also, ja, einfach versucht mal generell, euch von dem Gedanken zu lösen, Krebs gibt es nur schwarz und weiß. Also entweder man ist gesund oder man stirbt. So ist das nicht. Also dieses Stigmata ist lange weg. Es gibt viele Krebsenkrankungen, mit denen man sehr viele Jahre auch mit einer moderaten Lebensqualität leben kann, wie das jetzt zum Beispiel bei mir gerade der Fall ist. Ich habe ja eine Chemotherapie, die ich sehr gut vertrage. Und die könnte ich theoretisch, ja, zwei, drei Jahre lang machen. Und dann müsste man nochmal gucken, ob noch was da ist. Wie gesagt, im Moment ist geplant, bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres Therapie zu machen. Und dann wird wieder pausiert. Alle drei Monate gibt es eine Kontrolle. Und ja, in der Zeit, ich würde mich dann nicht als geheilt bezeichnen. Dafür bin ich dann einfach zu vorsichtig. Aber ich bin dann erst mal wieder gesund. Genauso wie ich jetzt auch aktuell, ja, eigentlich gesund bin. Aber diese Therapie eben mache, um sicherzugehen, dass nicht doch noch irgendwo in meinem Körper eventuell aktive Krebszellen sind. Ja, ich hoffe jetzt, ich konnte die Frage hinlänglich beantworten. Es ist natürlich keine so befriedigende Antwort, wie man sich die wünscht. Ich hatte halt irgendwie, als ich das erste Mal mit den Ärzten darüber geredet habe, habe ich mir halt auch irgendwie klarere Antworten versprochen. Und hatte auch am Anfang gehofft, dass die Ärzten mir irgendwelche Zahlen nennen und so weiter. Aber mittlerweile bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich mich davon so ein bisschen gelöst habe. Weil ich eben weiß, wie gesagt, für den Einzelfall nutzen die Zahlen eben nichts. Also du hast bei Blutkrebs, bei einigen Blutkrebserkrankungen, hast du auch Heilungsraten von 80, 90 Prozent. Aber wenn du zu den 10 oder 20 Prozent gehörst, die daran versterben, dann hat dir diese hohe Zahl auch nichts genutzt. Genauso wie andersrum gibt es immer Fälle, Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als unheilbar. Aber vier bis sieben Prozent aller Menschen überleben es irgendwie trotzdem. Also deswegen ist es irgendwie, ja, natürlich sind Zahlen ein Anhaltspunkt. Und ich bin, ihr kennt das aus meinen anderen Videobeiträgen, ich bin da sehr statistisch und wissenschaftlich unterwegs und vertraue da drauf. Aber gleichzeitig bringt es mir halt auch überhaupt nichts, mich auf solche Zahlen zu verlassen, ja, wenn ich dann doch zu dem größeren Teil oder zu dem kleineren dieser 50 Prozent gehöre. Deswegen mehr kann ich zu diesem Thema jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die Frage durchaus gestellt werden darf. Man sollte sich davon nicht scheuen, weil sie ist ja doch so ein bisschen diesem Thema immer sehr umgeben. Und dementsprechend, wenn ihr das wissen wollt bei euren Freunden, Verwandten oder bei euch selber, dann fragt die Ärzte, fragt, wie ist die Faktenlage. Klar, im Internet steht auch viel und es gibt genug verlässliche Seiten, wo die Zahlen auch glaubwürdig sind mit Sicherheit. Aber ja, am besten ist es, glaube ich, wenn ihr mit den behandelnden Ärzten darüber redet. Und ja, er fragt das einfach, fragt die Heilungschancen, die Therapiechancen generell. Macht es überhaupt Sinn, eine Therapie zu machen? Also bei mir, wie gesagt, ich bin absolut der Ansicht, dass es bei mir Sinn macht. Aber das gilt nicht für alle Fälle und auch nicht für alle Fälle, die jetzt ein Newings-Arkomen haben. Also auch da muss man abwägen, Lebensqualität und ja, möglicherweise Lebensverlängerung. Was ist einem wichtiger? Genau. Ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich bin gespannt, wie das mit dem Podcast ankommt bei euch. Und dann würde ich das vielleicht sogar weitermachen, nur als Podcast. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Schreibt mir gerne euer Feedback, wie immer und macht's gut.